Hi Piloten, willkommen zu einem neuen INAV Quick-Tip-Video. Diesmal geht es um das Board-Pitch-Alignment in INAV und ich will euch mal zeigen, warum das extrem wichtig ist, dass dieses möglichst präzise getunt wird, um zuverlässige, autonome Flugmodi zu haben. Viele haben es ja wahrscheinlich schon gehört, vor allem wenn ihr in den Facebook-Gruppen wie in der INAV-Fixstream-Group unterwegs sein solltet, dass Piloten oft davon berichten, dass gerade im Position-Hold-Mode oder im Return-to-Home beim Läutering am Ende starke Höhenfluktuationen entstehen, dass der Flieger einfach ständig an Höhe verliert und Höhe gewinnt. Das ist fast immer auf ein falsch oder schlecht eingestelltes Board-Pitch-Alignment zurückzuführen. Der Grund dafür ist relativ simpel und das erkläre ich euch gleich. Ich will euch nochmal ganz kurz zeigen, wie ihr das Ganze selber feststellt und ermittelt, ob euer Board-Pitch-Alignment korrekt stimmt. Dazu hat mir einer von unseren Piloten ein Video zur Verfügung gestellt, wo man das richtig gut bei ihm sieht. Und den Link zu seinem Videokanal Albatross-RC packe ich euch mal mit in die Videobeschreibung. Schauen wir uns mal ganz kurz das Video an. Und zwar hat er hier einen Testflug gemacht, wo es darum ging, dass er gefragt hat, dass im Angle-Modus sein Flieger an Höhe gewinnt, obwohl er gar nicht am Stick zieht, wenn er im Angle-Modus fliegt, ohne Altitude-Hold aktiv. Man sieht, er hat hier einen Testflug gemacht. Sein Schub ist auf 40%. Das ist ein eingestelltes Cruise Throttle, was er auch in autonomen Modus als Basis-Gaswert eingestellt hat. Und er fliegt jetzt hier einfach im Angle-Modus ohne irgendwelche Stick-Inputs. Und wir beobachten jetzt einfach mal, was der Flight-Controller macht. Hier seht ihr den Pitch-Winkel, ob der Flieger die Nase nach oben oder nach unten drückt, in Grad. Hier sehen wir den Rollwinkel, der soll jetzt erstmal nicht weiter interessieren. Hier sehen wir die aktuelle Höhe und die aktuelle Steig- oder Sinkrate. Wenn hier eine positive Zahl steht, ist es eine Steigrate. Wenn es negativ ist, ist es eine Sinkrate. Ich drücke jetzt einfach mal auf Play. Und dann achtet mal hier drauf, dass INAV schön sauber versucht, den Pitch-Winkel natürlich auf 0 Grad zu halten. Wir haben aber hier ungefähr eine Steigrate von 0,5-0,6 Meter pro Sekunde. Ab und zu kommen auch mal ein paar Windböen. Die können das natürlich auch ein bisschen fluktuieren lassen. Aber so im Schnitt ist er bei etwas über 0,5 Meter pro Sekunde. Bei einer Geschwindigkeit von 61 kmh. Jetzt machen wir mal eine ganz einfache Rechnung. Und da wird nämlich deutlich, warum das wirklich auf ein halbes Grad genau getunt werden sollte. Und zwar, wenn ihr mal einen Dreiecksrechner einfach mal online nehmt. Man kann es auch manuell ausrechnen, aber so ist es ein bisschen besser zu veranschaulichen. Und schaut mal, wir haben hier den Winkel B. C ist jetzt hier unsere Flugstrecke. Er fliegt mit 60 kmh. Das sind ungefähr 16,6 Meter pro Sekunde. Sagen wir jetzt mal 16 Meter pro Sekunde. Das heißt, wir legen in einer Sekunde diese Strecke an Flugweg zurück, die 16 Meter. Und wir haben einen Anstellwinkel, der 3 Grad abweicht von dem, was der Flieger haben müsste, um wirklich Level zu fliegen. Und wenn man das jetzt hier berechnet, kommt man hier hinten auf einen Höhenunterschied am Ende von 0,8 Meter. Und das pro Sekunde. Pro Sekunde Flugstrecke. Und das stimmt ziemlich genau mit dem überein, was wir auch gerade im Video gesehen haben. Wenn man natürlich nachher noch schneller unterwegs ist, man hat zum Beispiel irgendeinen Flieger, der ordentlich auf Speed getrimmt ist, ein Funjet, und ist damit mit 100 kmh unterwegs. Oder wir machen es einfach mal mit 100 kmh. Und sind dann so ungefähr bei 25, 30 Meter pro Sekunde, sagen wir jetzt einfach mal. Auch mal eine grobe Rechnung bei 30 Meter pro Sekunde. Dann kann der Höhenunterschied schon 1,6 Meter pro Sekunde betragen, den wir hier hinten haben. Und das bei nur einem winzig kleinen abweichenden Winkel von 3 Grad. Und wie man diesen Winkel am einfachsten ermittelt, kann ich euch auch gleich mal noch in dem Video zeigen. Und zwar hier etwas weiter von ist er im 3D-Cruise-Modus geflogen. Gehen wir hier an eine Stelle, wo er sich etwas einpendelt. Und jetzt drücke ich mal hier Play. Hier sieht man, einer zielt hier darauf hinaus, die Steig- und Sinkrate auf 0 Meter pro Sekunde zu halten. Und wie man hier erkennen kann, der künstliche Horizont ist hier ein bisschen weiter oben. Und die Nase des Fliegers ist, die virtuelle Nase des Fliegers, ist hier ein Stückchen nach unten gedrückt. Und hier sieht man dann schön einen Winkel von ungefähr 3 Grad im Schnitt. Wenn wir jetzt mal kurz abspielen. Er schwankt so um die 2,5 bis 3,5 Grad ungefähr. Man hat natürlich immer noch ein bisschen Schwankungen drin durch Böen. Hier ist er jetzt in den manuellen Steigflug gegangen. Aber hier kann man sehr schön sehen, um wie viel man den Winkel korrigieren muss. Und wo man das Ganze einstellt, zeige ich euch auch mal ganz kurz noch. Und zwar gehen wir dazu in den INAV-Konfigurator. Und dann schaut ihr hier auf der Konfigurationsseite bei Board & Sensor Alignment. Und hier habt ihr die Row Degrees, Pitch Degrees und Yard Degrees. Wenn der Flight Controller mit dem Pfeil nach vorn, also in Flugrichtung montiert ist, dann passen die Achsen auch ganz sauber. Wollt ihr die Nase des Flugzeuges etwas nach oben trimmen, nehmt ihr hier einen positiven Wert für die Pitch Degrees. Wollt ihr die Nase nach unten trimmen, nehmt ihr einen negativen Wert. Hätte ich jetzt diese Ergebnisse aus dem Video beispielsweise, müsste ich meine Nase um drei weitere Grad nach unten trimmen. Da muss man vorsichtig sein. Da INAV ja steigt, beziehungsweise der Flieger ja steigt, wenn er Level fliegt, muss ich ja die physische Nase nach unten trimmen. Das heißt, ich müsste jetzt hier runter auf drei Grad gehen, anstatt auf sechs Grad. Natürlich, bei meinem Darts 250G hier passen jetzt die sechs Grad allerdings perfekt, deswegen lasse ich das jetzt auch drin. Ihr müsst natürlich darauf achten, wenn ihr das Board um 90 Grad gedreht habt, dann habt ihr natürlich hier 90 Grad bei Yard Degrees drin stehen. Dann stellt ihr alles, was Pitch betrifft, bei Roll ein und alles, was Roll betrifft, bei Pitch ein. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn ihr 270 Grad Drehung vom Flight Controller habt. Nur, dass dann hier die Plus-Minus-Werte vertauscht sind und bei 180 Grad, sprich der Flight Controller ist rückwärts eingebaut, dann müsst ihr hier natürlich, um die Nase runter zu trimmen, den Wert erhöhen und wenn ihr die Nase hoch trimmen wollt, den Wert verringern. Da müsst ihr halt drauf achten. Am besten prüft ihr das Ganze immer gegen, indem ihr hier vorn im Setup-Tab schaut, legt den Flieger flach auf den Tisch, ändert hier vorn einen Wert und schaut dann, ob sich hier Pitch oder Roll verändert. Da könnt ihr entsprechend schauen, ob ihr die Nase korrekt nach oben oder unten getrimmt habt. Ja, und warum das halt auch so wichtig ist, nicht nur, weil auch kleine Winkelabweichungen eine starke Höhenänderung oder eine schnelle Höhenänderung verursachen kann, sondern auch, wenn ihr im Position-Hold-Modus seid, da merkt man das natürlich sehr extrem. Einer hat einen separaten Pit-Controller, der die Höhe kontrolliert. Und man könnte in der Theorie diesen Pit-Controller anpassen, damit er weniger aggressiv arbeitet und dadurch diese ganze Sache auch kompensieren, sodass er quasi, wie soll ich sagen, das Heck hinterher zieht. Das heißt, er bleibt automatisch in einem bestimmten Steigwinkel, um die Höhe konstant zu halten, auch im Läuter. Allerdings bekommt man das nur sehr, sehr schwer, sehr sauber getunt. Das heißt, wenn ihr nachher im Position-Hold seid und der Flieger Kreise zieht und ihr einen gewissen Anstellwinkel zur Seite habt, opfert ihr ihr einiges an Auftrieb dafür, dass der Flieger die Nase rumzieht, damit ihr die Richtung verändern könnt. Und dadurch, dass ihr natürlich dann an Auftrieb verliert, wenn ihr eine Kurve fliegt, wird diese Abweichung im Winkel und die Höhenänderung, die dadurch entsprechend entsteht, noch extremer und einer kann die nachher nicht mehr kompensieren. Und dadurch entstehen nachher diese Höhenoszillationen im Position-Hold-Modus. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze geholfen und das Ganze ist jetzt ein bisschen verständlicher, warum das Ganze so wichtig ist und warum wir auch in der Community immer darauf pochen, dass das richtig eingestellt wird, gerade bei Position-Hold-Problemen. Und wenn irgendwelche Fragen sein sollten, schreibt sie einfach in die Kommentare. Ich lese die auch alle und beantworte die natürlich auch so gut, wie es geht. Ansonsten hoffe ich, dass ihr was gelernt habt und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen hoch und ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann! Bis dann!